Ja, moin, ich bin Luke Acker, das ist jetzt mal wieder Back in Business und ich wollte euch heute in diesem Video zeigen, wie ich dieses Dreckspiel Ghost, ihr seht es hier in meinen Händen, wie ich das Dreckspiel zerbreche und dann in den Müll schmeiße. Es ist kein Fake oder so, sondern ich hasse das Spiel übertrieben. Und ich werde jetzt hier mal schön die Disc öffnen, so, nehme sie, warte, warte, nehme die, alter, wenn ich die scheiß Disc mal rausnehme, so, ihr seht hier noch fast keine Kratzer, hier schön mal ein bisschen rumtappen und so, hier, ein bisschen so, so, ein bisschen, ein bisschen drauf rum. Kauen, ein bisschen hier so, ein bisschen hier so, kratzen. Und, ja, das Video kommt auf jeden Fall auf YouTube, ich mach's gerade hier im Stream, 19 Zuschauer, ja, und hier, God of the Ghost, ich hasse dich, warte. Und, drei, zwei, eins, komm, zerbrech doch einfach. Warte. Komm, ein bisschen biegen, ein bisschen hier noch, ein bisschen biegen. Alter, das ist Dreckspiel, bin ich, das Dreckspiel will einfach nicht zerbrechen. So, warte mal, ich muss mich hier noch schnell positionieren. So, hier seht ihr Call of the Ghost und jetzt zerbrech ich das Scheiß. Das Spiel will nicht zerbrecht werden. Oh, da war schon der erste Knacks. Und, und, ja. Call of the Ghost ist Geschichte, meine Damen und Herren. Hier nochmal schön zerbrechen, bisschen hier. nochmal biegen, bisschen schön. So. Wenn ihr Hälfte von Call of the Ghost, wenn ihr Hälfte von Call of the Ghost haben will, der schreibt einfach in die Kommentare, mit Unterschrift, schreibt einfach in die Kommentare, dass ihr das Spiel haben wollt. Hier noch die Hülle, schön zerbrechen. Hier noch die Hälfte von Call of the Ghost ist Geschichte. So, hier noch die Hälfte, schön ein bisschen biegen. Und, ja, das war's mit dem knappen Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, Call of the Ghost, sieht es nochmal zerbrochen. Hier, die, schön, der Season Pass auch noch zerbrochen. Und dann sag ich noch, Ben hat noch einen Kommentar nicht vergessen. Ich bin raus. Tschö, Mödel. Habt auch einen schönen Abend. Und haut rein.